In diesem Video möchte ich euch erklären, wie ich die Abschlussprüfungsaufgabe 2013 A1 gelöst hätte. Die Aufgaben findet ihr wie immer hinter diesem Link. Es handelt sich hierbei um eine Exponentialfunktion und zwar eine Exponentialfunktion mit Zunahme. Das können wir ein bisschen genauer anschauen. Exponentialfunktion, da steht ja für das K immer der Anfangswert und anhand des A können wir erarbeiten oder herausfinden, was die Zunahme ist. Normalerweise steht ja immer ein 1 dabei, also ein 1 steht für ganz normal keine 1 hoch x, dann bleibt es ja immer gleich 1 hoch 5, gibt das gleiche wie 1 hoch 27. Wenn jetzt aber zu diesem 1 etwas dazu gezählt wird, dann haben wir eine Exponentiale Zunahme. Das heißt, jedes Jahr kommen 16% dazu, so gehen meistens die Aufgaben. Würde hier etwas abgezogen werden, dann hätten wir eine Exponentiale Abnahme. Jedes Jahr würde also etwas wegkommen. In dieser Aufgabe haben wir einen Anfangswert von 10.000 Krankheitserregern und jedes Jahr kommen 16% dazu. Das heißt, die 1 plus eben 16% und 16% wird geschrieben als 0,16. Das ergibt unsere Exponentialfunktion, die haben wir ja schon mehrfach besprochen. Und wir sollen jetzt durch Rechnung bestimmen, am wievielten Tag nach Versuchsbeginn sich die Anzahl der Krankheitserreger verdreifacht hat. Also Krankheitserreger waren 10.000, verdreifacht bedeutet 30.000. Wann sind also y-Krankheitserreger 30.000? Das heißt, wir setzen unsere Funktionsgleichung gleich 30.000 und lösen das auf. Wir dividieren durch 10.000. Anschließend müssen wir die Logarithmusumformung machen. Das heißt, x ist dann der Logarithmus aus 3 zur Basis 1,16. Das gibt ja gerade das 1,16. Das muss ich im Taschenrechner eingeben mit Log 3 durch Log 1,16. Nur so kann man den in den grafikfähigen Taschenrechner eingeben. Und wir erhalten ein x gleich 7,40. x steht für die Anzahl der Tage. Und jetzt war die Frage, am wievielten Tag nach Versuchsbeginn sich die Anzahl der Krankheitserreger verdreifacht hat. Wichtig, hier muss man schreiben am achten Tag. Weil nach 7 Tagen stimmt nicht. Ist ja erst am 7 Tag unter Bissle. Und das ist eben der achte Tag. Der erste Tag ist ja quasi der Tag von 0 bis 24 Stunden. Und der zweite Tag ist quasi von 24 bis 48 Stunden. Und so weiter. Dementsprechend, wenn x für Tage 7,40 rauskommt, ist das der achte Tag. Da muss man genau drüber nachdenken, wie man dann die Antwort formuliert. Denn es war hier die Frage nach dem wievielten Tag. Also müssen wir den achten Tag angeben. Zweite Aufgabe. Beim zweiten Versuch wird zu Beginn ein Medikament zugegeben. Das heißt, nach Ablauf von 12 Tagen beträgt die Anzahl der Krankheitserreger 45.000. Jetzt sollen wir den Prozentsatz rausfinden. Das heißt, wir haben hier 45.000, hier 10.000. Also das ist der Anfangswert. 45.000 ist das, was am Schluss rauskommt. Und 12 sind die Anzahl der Tage. Das heißt, auch hier bringen wir wieder die 10.000 rüber, ziehen dann die zwölfte Wurzel. Weil hier A hoch 12 steht, muss ich die zwölfte Wurzel aus 4,5 nehmen. Das ergibt 1,13. Und weil ich ja vorher schon gewusst habe, dass exponentielle Zunahme immer aus einem Wert 1 plus einem Wert besteht, ist der prozentuale Anteil, der jeden Tag hinzukommt, dieses Mal nicht 16%, sondern 13%. Also mit dem neuen Medikament nehmen die Krankheitserreger täglich um 13% zu. Und bei der dritten Aufgabe, da wird jetzt ein Medikament zugegeben, mit dem die Anzahl der Krankheitserreger täglich nur um 8% zunimmt. Und man soll jetzt herausfinden, nach wievielten Tag nach Versuchsbeginn, die Anzahl der Krankheitserregerin halb so groß ist. Was habe ich gemacht? Ich habe quasi die erste Gleichung genommen und habe dann die zweite Gleichung genommen. Das heißt, einmal haben wir ja 16% und einmal 8%. So, jetzt sind die beiden aber nicht genau gleich groß. Also man soll nicht den Tag X herausfinden, wo sie gleich groß sind, sondern da, wo das Medikament B halb so groß ist. Das heißt, das hier, das hier dran muss ich nochmal 0,5 nehmen, denn das zweite ist ja nur halb so groß. Das heißt, das hier ist deutlich größer. Also muss ich das noch halbieren, damit wieder ein Gleichgewicht herrscht. Vorher war eben das hier zu groß und das hier zu klein. Theoretisch hätte ich auch auf der Seite mal 2 rechnen können, aber ich muss eben die Gleichung ins Gleichgewicht bringen und das geht entweder mit hier mal 0,5 oder hier mal 2. So, und jetzt ist es wieder ein Ausmultiplizieren. Ich habe einmal die Potenzen zueinander gebracht. Das heißt, hier durch diese Potenz dividiert und diesen Vorfaktor auf die rechte Seite gebracht. Das sind ja 5000 und wenn ich 10.000 durch 5.000 teile, sind es 2. Das hier kann ich dann zu einer Potenz zusammenschreiben. Also quasi einen Bruch und das Ganze hoch X durch den Logarithmus umformen und dann kann ich das mit dem Basiswechsel, kann ich dann den X-Wert berechnen oder ich gebe das Ganze in Solver ein und komme so auch auf das Ergebnis. Antwort, am 10. Tag ist die Anzahl der Erreger doppelt so groß. Wieder wichtig, nicht Tag 9, sondern am 10. Tag. Das war es von meiner Seite. Ich habe redet nach wisdom. Später. Ich bitte die Anzahl der Erreger. Ich habeivate dann die Anzahl der Erreger. Vielen Dank.